Hallo! Ich bin im Urlaub im weit entfernten Hawaii. Da wohnt die Tini. Das ist Tini. Hallo Tini. Hi! Tini hat einen wunderschönen Seifen- und Rührblock. Also Tini rührt ganz tolle Sachen. Ich habe sie nicht benutzt und sehe so aus. Ich muss mal wieder Tini Sachen benutzen. Selbstschuld, ne? Ja, genau. Und zwar stelle ich euch heute Tini vor. Nicht nur, dass ihr sie in Zukunft eventuell nochmal wiedersehen werdet, sondern sie übernimmt eine kleine Kolumne, einen kleinen Bereich auf meinem Blog. Und zwar übernimmt sie diese Geschichte, die ich überhaupt nicht drauf habe. Guck mal, die Nägel-Sachen. Denn Tini, guck mal. Tini ist ein kleiner Nagel-Junkie, ne? Ja. Super Specialist. Schaut euch diese hübschen Glitzer-Glitzer-Sachen an. Oh, jetzt geht die Sonne weg. So ein Ärger. Wir wollten noch extra zeigen, wie schön das glitzert. Ja, also China Glaze. Solche schöne Spezi-Lacke, die man so schwer bekommt. Aber ich denke, Tini wird euch ein paar Tipps geben, wo ihr solche coolen Sachen bekommen könnt, was ihr damit machen könnt. Ein paar Stamping-Geschichten. Also wunderschöne Nagel-Designs und ein paar Pflegetipps, ein paar Basics. Und das findet ihr dann auf dem Blog. Einmal die Woche. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn ihr ganz zahlreich euch bedankt, dann wird Tini auch wiederkommen. Könnte sein. Und Tini und ich, wir waren gestern in Köln mit ein paar anderen Junkies. Ja. Ja. Und die haben mir da was Hübsches gekauft. Ich dachte, das wollte ich euch zeigen, aber jetzt ist die Sonne weg. Aber dann nutze ich erstmal diese dicke Wolke, um Hallo Paul! Hallo Paul zu sagen, ne? Hallo Paul. Maggi ist so berühmt. Maggi ist so berühmt. Ja, ja, genau. Ja. Also wir waren in Köln und ich wurde erkannt, das erste Mal und das fand ich voll feinlich. Aber dann haben mich... Aber das war ganz süß. Das war ganz, ganz süß. Dann haben mich diese, diese wilden Hühner dann dahin gedrängt, hinzugehen zum Pimki in Köln, um Paul zu treffen, der wohl meine Videos schaut. Vielleicht grüßen wir auch noch Pauls Freund. Ja, Pauls Freund im Douglas. Yeah. Weil der hat Maggi nämlich erkannt. Pauls Freund im Douglas, ja. Also du bist auch herzlich willkommen. Ich freu mich. Wir haben gar nicht gefragt, wie er heißt, ne? Wir haben gar nicht gefragt. Ja, wie heißt du? So ein schönes Nasipowder. Zu Nas kommen ja demnächst noch ein paar Videos, auch wie ihr eventuell da rankommt, wenn es das in eurer Stadt nicht gibt, was höchstwahrscheinlich ist. Das erwartet euch also. Eine kleine Schnagelschnick-Schnack-Ecke auf meinem Blog. Also klickt rein. Schaut bei Tini vorbei. Du musst dich jetzt ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr in deinen Blog posten, ne? Ja, muss ich vielleicht. Du musst mehr rühren. Ich hätte da auch eine gewisse Person, die ein bisschen von deinen Sachen abnehmen würde. Ja? Ja. Es ist nur so langweilig, wenn man Creme rührt. Und was soll man da zeigen, ne? Also... Ja, aber die Creme-Toff zu rühren... Ich habe ihr Seifenarsenal gesehen. Wenn man Seifen siedelt, muss man sie eine ganze Weile reifen lassen. Und das nimmt viel Platz weg. Aber es riecht gut. So, und jetzt. Okay, okay. Ach, das ist so höchstwahrscheinlich. Das blitzert ganz doll. Wir haben jedenfalls wie Christbäume gefunkelt, als wir das aufgetragen hatten gestern. Ja. Also es ist nicht wirklich ein Must-Have. Das sage ich euch jetzt schon. Das ist wirklich purer Junkietum. Ich möchte die eher als Lidschatten als auf den Wangen auftragen. Und ich hoffe, es euch bald zeigen zu können. Ich muss nochmal dazwischen funken. Warum? Guck mal. Oh ja! Oh, der ist so schön. Und der, das ist mein Liebling eigentlich. Der ist zwar nicht so sehr holographisch, aber der... Wunderschön, oder? So, jetzt schnorre ich mir ein Stamping. Ciao! Oh Gott. Das Kind wird auch hier drüber. Oh yeah! Oh! So eine Chablone! Oh, Twili, Twili! Yeah! Hallo! Nein, das ist Tamara's Ansage. Es läuft schon. Es läuft schon, ne? Guck, wie ist das? Urlaub! Ich bin auf... Schneid das ab, ja? Vorher. Vielleicht schneide ich hinterher rein. Das ist ja das Cooltap. Die Outtap, ne? Die Outtap. Da stehen die Leute drauf, ne? Okay, dann... Dies ist ein Outtake. Geh weg! Mach das zu! Der Papst! Das kann ich nicht leiden. Es ist so warm, ne? Es ist so heiß hier auf Hawaii. Nicht wahr, Tini? Oh ja. Hey! Sag Hallo, Tini! Nein! Heute möchte ich euch... Tini vorstellen. Hallo, Tini! Nee, jetzt müssen wir nochmal neu machen. Guck mal nochmal da! Du! Der guckt so... Geh weg jetzt, verdammt! Höch! Höch! Ich